Bundesliga, 29. Spieltag. Wir haben Top-Tipps am Start für dich. Wie immer natürlich ein Gewinnspiel und einen ganz wichtigen Tipp, was du jetzt beachten musst, um kein Geld unnötig zu verlieren. Also dranbleiben bis zum Schluss. Ja, moin Freunde. Ohne Großreden gehen wir direkt rein in die Matches unter der Woche Champions League Action. Da können wir doch am Freitag mal mit Herberkost rein starten, wie Augsburg Union Berlin. Will gar nicht groß drum reden. Auch nicht jeder sieht das Video bis Freitag. Deswegen kleiner Bonustipp hier. Unter Tore. Gar nicht groß drum fackeln. Unter 2,5 Tore. 1,92. Und im Asian Handicap unter 2,75 Tore. Hier eine 1,67. Kriegt ihr ein bisschen höher bei einem anderen Buchmacher. Auf jeden Fall sehr, sehr schön mit der Absicherung. Bei 3 Toren halbes Geld zurück. Erst bei 4 Toren verlierst du ganz. Das wird hier richtig schwer. Union Berlin sehr viel gefestigter in der Rückrunde. Defensiv und offensiv weiterhin mit ordentlich, ordentlich Problemen. Und Augsburg wird hier zu Hause als Favorit den Ball kriegen. Und damit können sie auch tendenziell nicht ganz so viel anfangen. Außenverteidiger raus bei Augsburg. Das ist natürlich ein großes Problem. Haben sie auch gegen Hoffenheim dann eine Strafe kassiert mit zwei schnellen Gegentoren. Aber sie haben jetzt Zeit gehabt, sich da ein bisschen taktisch anzupassen. Union wird auch jetzt nicht sonderlich gefährlich sein. Dementsprechend knappes Ding hier. 1 zu 0, 1 zu 1 in die Richtung. Somit schöne Wette zum Start am Freitag. Wir schauen direkt rein in die Konferenz. Und dann geht es um 15.30 Uhr los mit Mainz gegen Hoffenheim. Hier mittlerweile echt krasser Respekt vor dem Markt für Mainz. Also ich finde es auch richtig gut, was der Coach jetzt aus der Mannschaft gemacht hat. Hat sie wiederbelebt. Defensiv jetzt drei Spiele zu Null gespielt. Zweimal davon sehr, sehr verdient gegen Leipzig. Okay, da ist der Torwart über sich hinausgewachsen. Aber auch offensiv gegen schwächere Teams hat Mainz sich jetzt ordentlich gesteigert. Und dementsprechend muss es dafür ein bisschen Respekt geben. Aber jetzt finde ich es mittlerweile zu krass. Also Hoffenheim ist hier ein riesen Underdog. Und das gemessen am Kader ist das schon wirklich schwierig. Vor allem, weil Hoffenheim auswärts das Spiel natürlich liegt. Sie können umschalten, schnell kontern. Haben auch mit ihren schnellen Spielern am letzten Wochen in der Augsburg dreimal bestraft. Und dementsprechend finde ich das hier ein bisschen zu viel Respekt. Underdog Hoffenheim plus 0,5. Also doppelte Chance 1,88. Gibt es aber auch im Asian Handicap. Dort kriegt ihr eine plus 0,75. Hier ist die Quote zu schlecht. Bei anderen Buchmachern gibt es eine 1,70. Also schaut euch wie immer um. Das heißt, mit einem Torunterschied verliert Hoffenheim. Kriegt ihr sogar das halbe Geld zurück. Erst bei zwei Toren Unterschied verliert ihr ganz. Und Sieg oder doppelte Chance Hoffenheim gewinnt ihr. Das ist eine sehr, sehr gute Variante hier. Ist ein bisschen zu hoch. Ist keine große Wette. Ich traue Hoffenheim nicht zu 100%. Ich habe auch ein bisschen Respekt für meins. Aber eine kleine Wette ist es wert. Der Unterschied ist hier einfach zu groß. Zwischen den beiden Teams sehe ich nicht als gerechtfertigt. Wir gehen sofort rein in die attraktiveren Matches. Aber der kurze Hinweis. Unser Podcast auf Spotify und Apple Podcasts. Abonniert unbedingt. Hört mal rein. Ihr kriegt dort Analysen zu jedem einzelnen Spiel. Das schaffe ich einfach hier in diesem kurzen Video nicht. Also wenn du zu jedem Spiel top informiert sein willst und eine Wetttendenz haben, dann unbedingt in den Podcast reinhören. Haben sehr viel positives Feedback gekriegt. Freut uns sehr. Also bleibt dran, Freunde. Ja, einige schönere Matches von den Namen her. Gladbach, Dortmund, Leipzig, Wolfsburg, Stuttgart, Frankfurt. Das klingt ja mal nach besseren Partien am Samstag, als wir es eigentlich gewohnt sind. Aber wenn wir die Quote bei Leipzig, Wolfsburg sehen, dann sehen wir schon, hier ist ein riesen Missmatch momentan mit den Leistungen von Wolfsburg. Ich denke auch, Leipzig ist hier in der Lage, sie wirklich zu kochen zu Hause. Aber die Quote ist ein Witz. Also lasst bloß die Finger von dem Spiel absolut totquotiert. Interessante Quotenbewegung bei Gladbach, Dortmund. Die Dortmund-Quote steigt und steigt. Ist natürlich auch schwierig für Dortmund. Sie spielen jetzt Mittwochabend bei Atletico und haben dann nur sehr kurze Pause. Sie spielen bereits am Samstag in der Konferenz, kann ich nicht nachvollziehen. Sehr wenig Pause, zwei Tage Regeneration. Spielt Gladbach natürlich in die Hände. Ich traue Gladbach, kein Stück. Super inkonstant. Dementsprechend, wir behalten es im Blick. Man kriegt hier mittlerweile Sieg Dortmund bis Geld zurück bei Unentschieden. Man kann sogar fast schon plus null spielen, also draw no bet. Wir behalten es mal im Auge. Die Quote steigt überall. Dementsprechend haben wir hier eine Tendenz in Richtung Dortmund. Aber wir müssen es mal abwarten. Erstmal gucken, was passiert am Mittwochabend. Und dementsprechend, wenn ihr es nicht verpassen wollt, bei Telegram gibt es vielleicht zu einem Spiel auf jeden Fall was. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dementsprechend unbedingt in die Gruppe rein joinen. Ist unter dem Video verlinkt. Dort kriegst du am Spieltag Live-Wetten, kurzfristige Wetten bei Aufstellungen und so weiter. Wenn du es noch nicht gemacht hast, unbedingt jetzt auch liken und dem Video hier und dem Kanal ein Follow da lassen. Würde uns sehr, sehr freuen, um uns weiter zu supporten und motivieren. Bochum-Heidenheim. Kurzer Hinweis, lasst die Finger von dem Match. Trainer raus bei Bochum. Heidenheim ist auswärts nicht so stark, wie sie zu Hause sind. Haben jetzt auch natürlich so einen kleinen Letdown-Spot nach dem großen, großen Sieg gegen die Bayern. Bochum, neuer Trainereffekt, könnte reinkicken. Allerdings sehr fragliche Wahl mit der Beförderung des U19-Coaches. Lasst die Finger von dem Spiel. Hier kann ganz viel passieren. 18.30 Topmatch. Da ist eure Meinung auf jeden Fall gefragt. Stuttgart zu Recht ein Riesenfavorit. Frankfurt enttäuscht ja offensiv ordentlich. Aber da bin ich auf eure Meinung gespannt. Am Sonntag haben wir noch eine Tendenz. Darmstadt-Freiburg. Hier ist die Übertorequote sehr niedrig. Über 2,5 Tore kriegt ihr schon mittlerweile zu einem sehr fairen Preis. Das haben wir auf jeden Fall im Blick. Das könnte live auf jeden Fall eine Overwette werden. Freiburg auswärts, defensiv, bodenlos. Und dementsprechend könnte auch Darmstadt hier profitieren. Und über Darmstadsabwehr brauchen wir gar nicht groß reden. Und auf jeden Fall dann noch der ganz wichtige Hinweis. Wir kommen jetzt in diesen Punkt der Saison, wo ihr aufpassen müsst, für wen es um was geht. Leverkusen kann bereits Meister sein am Sonntag. Also passt auf, dass ihr nicht anfangs der Woche hier anfangt, irgendwelche Leverkusen-Kombis zu bauen. Oder riesige Favoriten-Handicaps zu spielen. Was weiß ich. Es ist unwahrscheinlich, aber wenn Bayern und Stuttgart liegen lassen, dann könnte Leverkusen schon auf der Couch Meister werden. Ansonsten, wenn es um alles geht, dann wird es natürlich mit Bremen hier wahrscheinlich der Boden gewischt. Aber zu diesem Zeitpunkt müsst ihr echt aufpassen. Dann haben sie natürlich auch Doppelbelastung. Europa liegt noch vor der Brust am Donnerstag. Was, wenn sie dann bereits Meister sind? Wie verhalten sie sich bei dem Spiel? Wird es ein absolutes Spektakel? Oder sind sie komplett verkaternd und machen gar nichts? Ihr müsst jetzt echt aufpassen. Jede Woche wird es jetzt interessanter, für welche Teams es um was geht. Dementsprechend immer Augen aufgucken. Wie ist die Situation beim Match? Ganz wichtiger Hinweis zu diesem Zeitpunkt der Saison. Deine Meinung ist gefragt beim Tippspiel Stuttgart-Frankfurt. Ganz klare Sache für den bärenstarken VfB zu Hause. Oder kann Frankfurt sich offensiv mal ein wenig raffen? Deine kurze Analyse mit einem Torschützen und dem korrekten Ergebnistipp. Und dann bist du dabei in den Kommentaren beim Passive Card-Gewinnspiel. Viel Erfolg. Gewinner von letzter Woche Janin Schmidt 7745. Lass uns eine kurze E-Mail zu kommen mit einem kurzen Beweis, dass es dein Account ist und dann erhältst du deine PaySafe Card. Gratulation. Ganz viel Erfolg am Wochenende, Freunde. Bleibt dran am Ball. Lasst uns wie gesagt ein Like und einen Kommentar. Da würde uns super freuen. Bis bald. Ciao. Bis bald. 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 Vielen Dank.